BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Die Sammlungen der Universität Tübingen haben Zuwachs bekommen. Der Tübinger Riesenchromosomenforscher Klaus Pelling und seine Ehefrau, die Biologin Marie-Louise Zarnitz, vermachten der Universität Kunstgegenstände aus Mittel- und Südamerika. Sie stammen aus einer Zeit, lange vor der Entdeckung Amerikas durch die Europäer, sind also präkolumbisch. Am Dienstagmittag war Übergabe. Diese Eule aus der peruanischen Chabin-Kultur ist 2500 bis 3000 Jahre alt und damit eines der ältesten der 22 Objekte aus der Sammlung von Klaus Pelling und Marie-Louise Zarnitz. Doch es ist nicht nur das Alter, was diese Objekte so wertvoll macht. Auf diesem Schälchen findet sich etwas, das durch das Wüten der Europäer im 16. Jahrhundert sehr selten geworden ist. Schriftzeichen der Maya. Was ich zu dieser Schenkung sage, ist für uns natürlich eine riesige Freude. Gleichzeitig ist es eine große Verpflichtung. Wir haben fast 75 wissenschaftliche Sammlungen an der Universität, die größte Anzahl an einer deutschen Uni. Und für uns sind das natürlich Aufgaben. Vor allem, es gibt in Tübingen keine Experten, keinen Lehrstuhl für Mesoamerikanistik, der dafür zuständig wäre. Trotzdem sollen die Objekte im November in einer Sonderausstellung und langfristig in der Dauerausstellung zu sehen sein. Also wir sind in Kontakt mit verschiedenen Nicht-Tübinger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Beispielsweise Nikolai Grube aus Borne. Er ist ja der Spezialist für die Schriftzeichen und die Bildzeichen. Auf diesen Tongefäßen. Wir suchen natürlich nach den Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern, um das Ganze zu publizieren. Die Kunstwerke, wie hier echtes Gold aus der peruanischen Paracas-Kultur, haben die beiden Eheleute bei bekannten Auktionshäusern und renommierten Händlern erworben. Zum Teil hatten sie auch dafür Kredite aufgenommen. Marie-Luise Zahnitz starb 2020 und drei Jahre später ihr Ehemann. Jetzt zu seinem Tod wollte er erneut dieser seiner Alma Mater noch mal etwas zugutekommen lassen und fand, dass im Schloss diese, wie er sich ausdrückte, kleine, aber feine Sammlung schön repräsentiert ist. Deshalb gab es im Testament auch Auflagen. Erstens die Kommunikation der Schenkung, zweitens eine Sonderausstellung mit dazugehörigem Katalog und drittens, dass die Kunstwerke ihren Weg in die Dauerausstellung finden. Bei einem Großbrand in einem Pforzheimer Gewerbegebiet ist heute eine Lagerhalle fast komplett zerstört worden. Über Stunden war die B10 wegen des Löscheinsatzes gesperrt. Sechs angrenzende Häuser haben die Einsatzkräfte vorsorglich evakuiert und zehn Bewohner in Sicherheit gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam die Warn-App Nina zum Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist bislang noch unklar. Fast 4.300 Bauarbeiter in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen bekommen ab jetzt mehr Geld. Ob Polier, Maurer, Straßenbauer oder Kranführer, für alle auf der Baustelle gibt es künftig zwischen 260 und 314 Euro mehr im Monat. Das mache die Arbeit deutlich attraktiver, heißt es von der IG Bau zum aktuellen Tarifabschluss. Zumal die nächsten Lohnstufen jeweils zum April bis 2026 bereits festgeschrieben wären. Alle Baubeschäftigten sollen jetzt einen Blick auf ihren Lohnzettel werfen. Die erste Zahlung gäbe es nämlich rückwirkend für Mai. Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes zeigten sich mit den ersten EM-Tagen in Stuttgart, Zitat, rundum zufrieden. Aus Sicht der Sanitäter und des Rettungsdienstes sei es bislang ein äußerst friedlicher und erfreulicher Auftakt. Die 27 Einsätze im Stadion und die 29 in der Stuttgarter Innenstadt am Sonntag seien reibungslos verlaufen. Das DRK war mit rund 550 ehrenamtlichen Kräften im Einsatz. Soweit die WW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weiteren News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen! Untertitelung im Auftrag des Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Untertitelung im Auftrag des Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Vielen Dank.